Frauen haben gar keine Wahl, denn sexuelle Anziehung ist ein tiefes biologisches Überlebensprogramm, das in allen von uns aktiv ist. Am Ende dieses Videos habe ich einen detaillierten Schritt-für-Schritt-Plan für dich entwickelt, mit dem es dir möglich sein wird, auch bei den allerattraktivsten Frauen genau dieses evolutionspsychologische Programm im Gehirn zu aktivieren, so dass dir keine einzige mehr wirklich widerstehen kann. Und auch wenn Neo-Feministen, Hollywood, Netflix, Walt Disney, irgendwelche Nice-Guy-Kumpels dir etwas völlig anderes immer erzählt haben. Fakt ist, ich habe mein gesamtes Flirt- und Datingwissen, bis ich 20 Jahre alt war, aus genau diesen Quellen bezogen. Das Ergebnis war verheerend. Ich war ein Softie, ein Nice-Guy, ich war der beste Kumpel. Ich habe alles umgesetzt, was Walt Disney von mir wollte. Und trotzdem bin ich kläglich gescheitert. Als ich die Spielregeln der Biologie und der Evolutionspsychologie wirklich verinnerlicht und verstanden habe, war das mein erster global-galaktischer Durchbruch. Und ohne das jetzt wirklich groß übertreiben zu wollen, war es die bewegendste Wende in meinem Leben. Nichts blieb, wie es war. Die attraktivsten Frauen, von denen ich nicht mal im Traum daran dachte, dass solche Mädels Interesse an mir haben können, haben sich zu mir enorm hingezogen gefühlt. Ich fühlte mich zum ersten Mal richtig wie ein maskuliner Mann. Davor war es so, dass ich mit 16 meine erste Freundin hatte. Allerdings ging über die komplette Zeit, in der ich sie als Freundin hatte, damals nichts, weil sie eben gesagt hat, sie muss es irgendwie fühlen, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, um sich zu küssen, um sich anzunähern und dass da halt dann was entsteht zwischen uns. Und ich dachte mir, ich kann diesen Moment oder das Gefühl in ihr nur erzeugen, indem ich mich genauso verhalte wie in Walt Disney eben, indem ich ein sehr moralischer, sehr guter Mensch bin, wo ich ihr zeige, dass sie sich auf jeden Fall auf mich verlassen kann. Ich habe ihr Gedichte geschrieben, ich habe ihr Geschenke gemacht. Ich war immer für sie da und habe ihr jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Ich stand mit Blumen da. In der Theorie hätte sich in diesem Moment wirklich jede Walt Disney Prinzessin in mich unsterblich verlieben müssen, da ich genau diese Regeln beachtet habe. Dieses Verhalten hat mich wirklich überhaupt nicht weitergebracht. Im Gegenteil, sie wurde immer kälter und kälter. Und es hat mich extremst verzweifelt und verunsichert. Und das Ganze wurde dann noch mehr verstärkt, als sie dann tatsächlich Schluss gemacht hat. Ohne, dass wir uns auch nur ein einziges Mal geküsst haben. Denn meine Welt ist zusammengebrochen. Alles, woran ich geglaubt habe, alles, was mir erzählt wurde, schien eine Lüge zu sein. Eine Illusion. Und als ich mich dann in meiner Verzweiflung mit Evolutionspsychologie und Biologie mehr auseinandergesetzt habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das, was Mainstream-Medien und sehr viele Frauen sagen, worauf Frauen stehen, und das, worauf Frauen wirklich stehen, aus biologischer und evolutionspsychologischer Sicht, ist ein himmelweiter Unterschied. Um nicht zu sagen, es liegt so weit auseinander, wie die militante Veganerin vom nächsten Hotdog-Wett essen. Die Spielregeln der Verführung werden von unserer Biologie gemacht. Gewinnst du das Spiel der Biologie, gewinnst du die Frau für Leidenschaft, Sex und tiefe, intime Beziehungen. Und um Verführung und biologisches Verlangen richtig zu verstehen, musst du Evolution richtig verstehen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und ich möchte dir jetzt drei biologische Fakten hier präsentieren, die du in diesem Kontext wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ja, vielleicht gab es mal in der sechsten Klasse irgendwie eine Stunde Bio-Unterricht, wo das Ganze vielleicht so grob mal erklärt wurde. Aber in diesem Kontext ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Punkt Nummer 1. Evolution. Survival of the fittest. Charles Darwin als renommiertester Naturforscher aller Zeiten hat im Prinzip mit seiner Theorie die Basis für die Entstehung aller Spezies gelegt. Populationen entwickeln sich weiter und passen sich ihrem Umfeld immer mehr und besser an. Dabei werden die stärksten und anpassungsfähigsten Individuen von den Weibchen ausgewählt und in die nächste Generation gelassen. Während unangepasste oder eben schwache Individuen gar nicht weiterkommen und ihre Gene nicht in die nächste Generation vererben können. Punkt Nummer 2. Zweigeschlechtlichkeit. Insbesondere die Fortpflanzung zwischen zwei Geschlechtern wurde in der Natur zum absoluten Erfolgsmodell. Wenn zwei gut angepasste Elternteile Nachwuchs bekommen, entstehen unfassbar viele genetisch unterschiedliche Kinder. Eine sehr schnelle Anpassungsfähigkeit für veränderte Umweltumstände und damit eben auch eine extrem hohe Überlebenschance für die Spezies. Und das bringt uns dann auch nochmal zu Punkt Nummer 3. Gemäßigte Frau und extremer Mann. Menschen bilden zwei biologische Geschlechter aus. Keine... Lassen wir das Thema. Eine Frau hat das Genosomenpaar XX und ein Mann XY. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Frau eher ein gemäßigteres Wesen und der Mann eher ein extremeres Wesen ist. Denn auf dem X-Chromosom, von dem die Frau zwei hat, haben wir den vollständigen Bauplan des Individuums gespeichert. Während auf dem Y-Chromosom lediglich die Erbinformation männlich draufsteht. Die Konsequenz daraus ist, dass wenn irgendwo in der DNA Schäden entstehen, durch Mutation oder Umwelteinflüsse, so kann sich die Frau immer auch bei der Zellteilung am zweiten Bauplan orientieren. Das heißt, sie hat immer einen Backupplan. Der Sinn dahinter ist also, dass die Natur ganz bewusst mit der Frau eher ein gemäßigteres Wesen hervorbringen will, mit gemäßigteren Charakterzügen. Bei Mann ist die Sache ein bisschen anders. Und das wissen Hebammen zum Beispiel auch sehr gut. Denn dadurch, dass eben kein Backup-Bauplan auf dem zweiten X-Chromosom, sondern hier lediglich die Erbinformation männlich vererbt wird, ist der Mann dazu gezwungen, alle Informationen in der Zellteilung, die auf diesem einen X-Chromosom drauf sind, auch voll auszubilden. Das wiederum heißt, dass der Mann extrem wird. Jede Mutation schlägt durch. Das führt dazu, dass gerade Jungen auch oftmals eher sterben im Kindesalter. Aber das heißt auch, dass es sich auf das Verhalten des Mannes auswirkt. Zum Beispiel sehen wir, dass es deutlich mehr Männer als Gefängnisinsassen gibt als Frauen und deutlich mehr Nobelpreisträger als Frauen. Und auch wenn wir zum Beispiel die IQ-Glocke angucken, sehen wir, dass Frauen sich viel häufiger um den 100-Durchschnitt tummeln als Männer. Männer, die IQ-Kurve bei Männern ist deutlich flacher. Das heißt, sowohl mehr Genies als auch Idioten sind Männer. Ja, Männer sind extrem. Und das will die Natur genauso haben. Und das alles bringt uns dann zur Frage, warum wählen Frauen eigentlich Männer? Und nicht umgekehrt. Zitat David Bass. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in sexuellem Verhalten und Partnerpräferenzen sind ein Produkt der unterschiedlichen biologischen Investitionen von Männern und Frauen in die Fortpflanzung. Frauen haben ein extrem hohes Risiko, ein enormes emotionales Investment und enorme Nachteile, die ihr sogar das Leben kosten können, wenn sie sich mit einem Mann paart, der einfach nicht geeignet ist, der schlechte Voraussetzungen mitbringt. Man muss ja immer bedenken, sowas wie Verhütung und Sozialstaat gab es ja tausende von Generationen nicht. Das ist ja erst ein Phänomen der letzten paar Jahre im Vergleich zur Menschheitsgeschichte. Wer also sagt, wir sind in unserer Biologie überlegen und hinausgewachsen, der erzählt schlichtweg Schwachsinn. Denn diese Fortpflanzungsprogramme sind super tief angelegt. Und daraus kann man eben schließen, dass Frauen von Natur aus viel, viel passiver und wählerischer sind, wenn es um den Partner und um einen Flirt geht. Frauen drücken enorm auf die Bremse und schauen sich einen Mann immer ganz genau an, bevor es intensiv wird. Männer drücken auch auf die Bremse, aber nicht beim Sex, sondern wenn es darum geht, sich zu binden. Für den Mann ist es ein extrem hohes Risiko, jetzt eine Familie zu ernähren. Denn er muss die Frau in ihrer hilflosen Situation, wenn sie schwanger ist, wenn sie ein kleines Kind da hat, ernähren und beschützen. Und dafür braucht ein Mann meist sehr gute Gründe. Und diese Gründe muss ihm die Frau liefern. Da kann zum Beispiel Vaterschaftssicherheit ein guter Grund sein. Deswegen ist auch sowas wie Eifersucht ein völlig normales Programm, das nicht einfach anerzogen ist oder das man sich nicht einfach abtrainieren kann. Nein, natürlich ist Eifersucht was völlig normales. Denn jeder will die eigene Gene in die nächste Generation lassen. Und es tut uns weh, wenn unser Partner Sex mit einer anderen Person hat. Und es bringt uns zur Frage, wie selektiert denn? Und wie wählt denn jetzt Mann und Frau einen passenden Partner aus? Und es ist super spannend, denn genau an diesem Punkt bin ich ja immer als absoluter Nice Guy immer komplett reingefallen. Bei Männern ist es nämlich super einfach und simpel, wie sie Frauen auswählen. Jung, fruchtbar und gesund. Für einen Mann ist Aussehen der entscheidende Faktor. Zumindest wenn es um kurzfristigen Spaß geht. Und da reicht meist schon ein, zwei Blicke. Und der Testosteronspiegel fängt dann zu brodeln. Symmetrie spielt dabei eine große Rolle. Symmetrie zeigt, dass der Embryo dieses Menschen sich sehr gut geteilt hat. Und das ist ein starkes Zeichen für Gesundheit. Der Morphismus, so wie es bei Vögel oder bei Rotwild ja ganz klar ersichtlich ist, was das Männchen ist und was das Weibchen ist, gibt es auch bei Menschen ganz klare Unterschiede im Aussehen zwischen den Geschlechtern. Und der Morphismus wirkt sich bei Menschen meistens so aus, dass Frauen eben eine ganz andere Statur haben. Breiteres Becken, Brüste, beim Mann sind es eben breite Schultern, Gesichtsbehaarung, eine andere Chin-Shawline oder auch der Augenbrauenwulst. Durchschnitt. Wenn die Proportionen im Durchschnitt liegen, sind sie meistens sehr attraktiv. Eine zu große oder zu kleine Nase zum Beispiel wirkt oft nicht ästhetisch. Das Ganze ist eben auch ein Indikator dafür, wie gesund die Frau ist. Und das ultimative Kriterium für Fruchtbarkeit bei Frauen ist das Hüft-Talien-Verhältnis. Ich dachte immer, Frauen schauen auf das Aussehen. Und wenn keine einzige Frau auf mich zukommt, nicht mal die hässlichen, dann muss mit mir und meinem Aussehen so absolut krass was nicht stimmen. Und aus meiner Sicht ist das auch der große Blackpill-Fehlschluss. Weil Blackpillar ja auch der Meinung sind, dass Aussehen für Frauen das Wichtigste ist. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Außer vielleicht beim Online-Dating. Da ist es auch das Einzige, was sie wirklich erfassen können. Und wenn du glaubst, dass du nicht gut aussiehst und Frauen nur aufs Aussehen achten, dann ist es der ultimative Weg in die Passivität und in die Opferrolle. Und so gibt es viele, auch heutige Jugendliche, die genau in dieser Falle sitzen. Und sie wissen gar nicht, welches Potenzial sie durch die anderen Dinge entfalten könnten. Würden sie nicht in der Opferrolle verharren, sondern aktiv an ihrer Situation was tun. Und für mich ist gerade auch Social Media und diese ganze Online-Dating-Geschichten eben auch ein starker Verstärker für genau diesen Trend, dass Jungen eben noch viel, viel mehr verunsichert werden und wenig Selbstbewusstsein ausbilden können. Das alles bringt uns jetzt zum allerspannendsten Teil dieses Videos. Wie wählen Frauen Männer aus? Und wer verstehen will, wie Frauen Männer auswählen, der muss verstehen, wie wir Menschen essen. Und ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich wieder sagst, wie weit möchtest du denn noch ausholen? Aber ich verspreche dir, das war jetzt der letzte kleine Schwenk, den wir noch machen. Er ist wirklich massiv wichtig und verdeutlicht extrem gut. Und das Prinzip, wie Frauen Männer auswählen. Denn unsere Gesellschaft ist zu fett. Wir haben alle möglichen Wohlstandskrankheiten, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Und es kommt von falschem und ungesunden Essen. Wir essen zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz. Aber warum ist das so? Denn wir sind ja unseren körperlichen Trieben erhaben, behaupten viele. Und die Antwort ist so einfach wie auch bei der sexuellen Anziehung. Weil unser Körper das will. Weil es uns am besten schmeckt, dieses Essen. McDonald's hat nicht leckeres Essen erfunden. Sie machen sich nur unsere tiefen biologischen Programme zunutze. Denn solche Fette, solche Salze waren in unserer Vergangenheit etwas extrem Seltenes und Kostbares. Denn es hat unser Überleben gesichert. Und deswegen schmecken uns die Pommes und Burger eben auch so viel besser als der Brokkoli oder irgendwelchen Rosenkohl. Und da komme ich jetzt genau zu diesem Spannungsfeld, von dem ich eigentlich die ganze Zeit spreche. Das, was wir Menschen rational sagen und das, was unser Körper wirklich will, sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge oft. Und bei Frauen äußert sich das eben meist, wenn es um die Wahl des richtigen Partners geht. Denn gerade die aus ganz einschlägigen Bubbles sprechen vom Softie-Mann, vom Rosenkohl-Roland und vom Brokkoli-Bernd. Vom Sojasören. Und wahrscheinlich denken sie sogar selbst in dem Moment, dass diese Männer genau die richtigen Männer wären. Am Ende landen gerade diese Frauen doch relativ häufig beim Assi-Schnitzel-Tony. Das ist er! Das ist der Mann fürs Leben! Denn eher die starken, kompetitiven, dominanten, viele würden sagen toxischen Männer, sind die, die die biologischen Programme tief im Gehirn antriggern. Denn es macht absolut Sinn, ein kompetitiver, starker Mann wäre im Ernstfall bereit, für eine Frau zu töten. Sie sind bereit, mehr in den Konflikt zu gehen, scheuen sich davon. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, dieses Verhalten sichert ihnen meist Ressourcen, die andere schwache und weniger kompetitive Männer eher nicht haben. Das heißt, diese Männer sind ein besseres Investment für die Frau als die Rosenkohl-Gang. Denn der toxische Mann sichert ihr Überleben besser. Das ist zumindest die Wahrnehmung der tiefen Instinkte der Frau. Und deswegen fühlt sie sich ganz automatisch zu solchen Männern hingezogen. Körperlich. Genauso wie zu ein paar Chicken Nuggets. Und jetzt sind wir genau an diesem einen Punkt, wo alle Fäden zusammenlaufen. An dem Punkt, auf den du die ganze Zeit gewartet hast. Wie entscheiden Frauen, welche Männer ihnen wirklich Überlebensverteile bringen? Wie entscheidet dieses ganz tiefe evolutionsbiologische Programm darüber, ob sich die Frau jetzt zu einem Mann hingezogen fühlt oder nicht? Und das sind ganz genau die Punkte, die du auch bei dir optimieren musst, um nicht durch ihren biologischen Filter zu fallen. Das Geheimnis von ultimativer Anziehung. Erstens, Zugang zu Ressourcen. Zweitens, Schutz. Drittens, genetische Kompatibilität. Und das wiederum kann man aufsplitten in vier Merkmale. Erstens, Aussehen. Das Aussehen eines Mannes kann einer Frau schon unfassbar viel über den Mann verraten. Das ist im Prinzip mehr oder weniger auch das gleiche Prinzip, wie Männer Frauen wählen. Aber halt in einer sehr abgespeckten Form. Weil die anderen Punkte kommen ja auch noch dazu. Die Frau kann zum Beispiel anhand von der Haut sehen, ob da Toxine da sind, wenn zum Beispiel viele Unreinheiten vorhanden sind. Man sieht, wenn viel Symmetrie da ist, ob er gute Gene hat. Muskeln, Kraft, Körpergröße und Alter sowie auch die Gesundheit spielen da eine entscheidende Rolle. Punkt Nummer zwei, gesellschaftlicher und sozialer Status. Hat der Mann ein gutes Netzwerk? Steht er sehr weit oben in der Hierarchie? Ist er zum Beispiel in seinem Beruf Chefarzt? Ist er irgendwo ein CEO oder Chef von einem erfolgreichen Unternehmen? Hat er viele Freunde? Zugang in exklusiven Clubs? Bestimmte Titel? Ein Von- oder ein Doktortitel? Das alles gibt Auskunft über seinen sozialen Status. Und selbst wenn es nur bei Frauen um kurzfristigen Spaß geht, gibt es die Erkenntnisse, dass sowas trotzdem entscheidend ist für sie, um den Mann zu wählen oder eben nicht. Punkt Nummer drei, ökonomischer Status. Frauen setzen auf Männer oftmals wie auf eine Aktie. Hat er schon gewisse Ressourcen, wie Haus, Geld, Statussymbole oder ein Auto und dickes, dann wird er von einer Frau tendenziell attraktiver eingeschätzt. Es kann aber natürlich auch sein, dass er nur sehr gute Chancen auf diese Ressourcen hat. Und selbst dann wird er als attraktiver eingestuft. Es gibt zum Beispiel auch eine interessante Studie, wo bestimmte weibliche Probanden einfach Bilder von Männern vorgelegt wurden. Und es war ein Riesenstapel an Männern und man hat eben unten dann das Alter und den Beruf und sowas eingetragen als Information. Und ein Mann kam eben zweimal vor. Einmal als Arzt und einmal als Klempner. Aber es war das gleiche Bild von ihm. Und Frauen haben tendenziell den Arzt attraktiver eingestuft als den Klempner. Dann kommen wir zu Punkt Nummer vier, Persönlichkeit. Auch die Persönlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn sowas wie Ehrgeiz oder Fleiß, dass der Mann nicht einfach irgendwo auf dem Sofa schimmelt, sondern höhere Ziele hat, was er erreichen will und einfach auch aktiv daran arbeitet, um seine Lebenssituation nach und nach zu verbessern, wirkt für Frauen als sehr attraktiv. Aber auch ein starker Beschützerinstinkt, eine gewisse Intelligenz, eine Dominanz und auch Mut und Zuverlässigkeit sind Eigenschaften, die Frauen als extrem attraktiv wahrnehmen. Und wenn wir jetzt natürlich wieder zurückdenken an das Beispiel, dass die Frau dann irgendwann mal in einer Zeit, wenn sie eben schwanger ist und Nachwuchs hat und sich selber oftmals nicht verteidigen und versorgen kann, der Mann diese Eigenschaften mitbringt, zeigt es halt auch, wie wichtig diese Persönlichkeitseigenschaften eigentlich sind. Und von diesen vier genannten Eigenschaften bringt dir keine einzige etwas, wenn du nicht in der Lage bist, sie richtig und gut zu verkaufen. Und das bringt uns dann zu Punkt Nummer 5, Kommunikation und Flirtskills, also klassisches Pickup. Und ich möchte das mal mit einem Beispiel untermauern. Du kannst im Prinzip wirklich fünf Fremdsprachen sprechen, was sie mit Sicherheit beeindrucken wird. Aber wenn du ihr das ganz kalt servierst, übrigens, ich spreche außerdem fünf Fremdsprachen, dann wird es sehr, sehr aufgesetzt und sehr peinlich rüberkommen. Und die Frau wird, obwohl das natürlich ein Vorteil ist, es trotzdem nicht als attraktiv empfinden. Während du aber einfach mit irgendeinem Restaurant sitzt und einfach anfängst, mit der italienischen Bedienung Italienisch zu sprechen, dann kann es sehr, sehr gut ankommen. Und sie bekommt vielleicht Neugier und fragt vielleicht, wow, du sprichst ja Italienisch, gibt es noch mehr Fremdsprachen oder kannst du noch mehr, hast du noch mehr Überraschungen für mich? Du sagst einfach, ja, die eine oder andere Fremdsprache habe ich vielleicht noch drauf. Aber lass dich einfach überraschen. Ja, und sowas wirkt dann natürlich deutlich besser. Ich meine, was bringen dir denn diese vier Eigenschaften, wenn du sie nicht richtig verkaufen kannst? Ich meine, was bringt dir denn Aussehen, wenn du nicht in die Öffentlichkeit gehst? Was bringt dir sozialer und gesellschaftlicher Status, wenn du keine Frauen triffst, denen du zeigen kannst, dass du diesen Status hast? Was bringt dir ökonomischer Status, wenn du einfach nur eine große Zahl auf einem Bankkonto irgendwo liegen hast? Aber das überhaupt nicht ihr zeigen kannst, dass es eben vorhanden ist. Und deswegen haben wir den fünften Punkt eingeführt. Das sind Kommunikation und Flirt Skills, also klassisches Pickup. Und dieses Marketing, Eigenschaften besser verkaufen, als sie vielleicht sogar sind, sehen wir auch bei Frauen. So sind zum Beispiel Push-Ups, Make-Up und High Heels sehr hoch im Kuss. Vielleicht auch, weil Frauen sowas mögen und gerne tragen. Kann ja sein, obwohl es vielleicht sehr unbequem ist, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem ist es so, dass Make-Up eben dem Mann demonstriert, dass die Haut sehr rein ist, also wenig Toxine. Der Push-Up betont die Brust. Damit wird eben der Demorphismus wieder gepusht. So kommen Frauen von der 5 auf der 8 von 10. Und du kannst es eben auch. Das heißt für uns, verkaufst du die Eigenschaften, die attraktiven Eigenschaften, die du hast, gut, wirst du insgesamt im Attraktivitätsranking bei Frauen steigen. Verkaufst du die Eigenschaften aber schlecht, wirst du unmittelbar fallen. Dabei ist natürlich auch zu sagen, es sind natürlich bei einer Frau deutlich mehr Eigenschaften, auf die sie bei einem Mann Wert legen. Und je nach Alter, Zyklus ihrer Erziehung und Prägung wird sie natürlich die Prioritäten unterschiedlich legen. Das heißt, die eine Frau wird mehr aufs Aussehen achten, während die andere eben mehr auf den sozioökonomischen Status blickt. Man muss das Ganze aber so zusammenfassen. Eine Frau wird dich eher ablehnen für etwas, das du gar nicht hast, als sich für etwas zu nehmen, indem du deutlich bei anderen hervorstichst. Was ich an der Sache halt wirklich mega witzig finde, ist, dass ich ja immer diesen Fehlschluss gemacht habe, dass ich dachte, Frauen wählen nur optisch. Also nur selektieren, nur aufs Aussehen. Und bei Frauen ist es genau andersrum. Sie nehmen ihre Kriterien und glauben oftmals, dass Männer so auswählen wie sie. Also dass sie Intelligenz oder eine Karriere als wichtig einstufen. Dabei scheißen die meisten Männer da einfach nur drauf. Es geht sogar so weit, dass manche Frauen, wenn sie herausfinden, dass es Männer gibt, die nur auf diese optischen Kriterien Wert legen, dass sie dann irritiert reagieren und sogar von diesen Männern angeekelt und total erstaunt sind. Genauso wie manche Männer dann auch erstaunt sind, wenn sie herausfinden, dass Frauen auf die Karriere und auf den Geldbeutel achten. Die ganzen Studien dazu habe ich dir einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der sehr relevant für dich ist. Denn was heißt es denn nun ganz konkret für dich? Drei Dinge, die du auf gar keinen Fall machen solltest, die von Mainstream-Medien oftmals propagiert werden, die dir aber ultimativ das Genick brechen werden. Wenn du bei einer Frau rumheulst, Softie- und Nice-Guy-Eigenschaften zeigst, ohne jegliches emotionales Investment, das von ihr kommt, dann wird dich diese Frau ablehnen. Insbesondere dann, wenn du ihr erzählst, wie schwer du es mit Frauen hast. Wenn du ihr erzählst, dass du ständig abgelehnt wirst, dann ist es der absolute Todesstoß für dich. Selbst wenn sie davor noch Interesse an dir hatte. Spätestens dann ist die Sache erledigt. Punkt Nummer 2, die Friendzone. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort, aber wir sind sie. Wenn du einer Frau signalisierst, dass du permanent für sie da bist, bereit bist, ihr zu helfen bei allen Themen und Punkten, die irgendwie in ihrem Leben schwierig sind. Ihr den PC neu aufsetzt, ihr beim Umzug hilfst, die Wohnung streichst und so weiter und so fort. Und alles, was permanent vorhanden ist, wird automatisch dazu führen, dass es als nicht attraktiv gilt. Ist etwas selten und rar und es fühlt sich gut an, wenn man es bekommt. Dann ist es interessant und attraktiv. Ist etwas im Überfluss vorhanden. Da macht man sich überhaupt gar keine Sorgen darum, dass man das irgendwie binden und bekommen muss. Also wieso solltest du dich annähern und dich zum Partner nehmen, wenn du sowieso permanent verfügbar bist? Völlig ohne große Gegenleistung. Mit der Friendzone machst du deinen Wert enorm klein. Und ich würde behaupten, dass neun von zehn Männern niemals bei einer Frau zum Zug kommen, bei der sie in der Friendzone rumhängen. Warum weilst du noch ihr, wenn es keine Hoffnung gibt? Noch gibt es Hoffnung. Punkt Nummer drei. Wenn du immer auf ihre Zeichen wartest, heißt es, dass du unsicher bist. Und wer unsicher ist, ist ein Weichei. Weichei. Wenn du immer auf Zeichen von ihr wartest, nie die Initiative ergreifst und einfach mal voranschreitest als Mann. Wenn du sie permanent fragst, was sie möchte und was sie will und was ihr jetzt gefällt und was man jetzt tun soll. Dann zeigt das alles, dass du selber eigentlich gar keine eigene Meinung hast. Gar kein Selbstbewusstsein. Gar nicht voranschreiten kannst und ihr gar keinen richtigen Frame gibt. Und dieses Verhalten wird automatisch dazu führen, dass er dich als sehr unattraktiv und minderwertig wahrnimmt. Und dementsprechend auch sehr schnell aussortiert, leider. Wenn du darauf aus bist, die ganze Zeit keine Fehler zu machen, dann wirst du Fehler machen. Wenn du dich die ganze Zeit verrenkst, um ihr zu gefallen und jedem Vorschlag folgst, den sie macht, dann zeigt das, dass du keine Persönlichkeit besitzt und kein Selbstbewusstsein hast. Keine Prinzipien, an die du dich hältst. Und das macht dich unfassbar unattraktiv. Dem einzigen Körperteil, dem es dich näher bringt, ist deine eigene rechte Hand. Und deswegen solltest du darauf auf jeden Fall verzichten. Aber welche Dinge sind es nun, die du ganz konkret angehen kannst und ganz konkret tun kannst, um sehr schnell erfolgreich bei Frauen zu werden und ihre tiefe biologischen Programme zu aktivieren? Aus meiner Sicht ist der allerwichtigste Punkt raus aus der Opferrolle. Du kannst die evolutionspsychologischen Programme der Frau triggern. Übernimm Verantwortung für dich und dein Leben. Lösch dieses scheiß Online-Dating, das dir sowieso nichts bringt. Und fang an, dich zu optimieren. Und dazu gehört, dass du dich akzeptierst zu 100% wie du wirklich bist. Denn nur wer weiß, wo er steht, kann sich von diesem Punkt an entwickeln. Das heißt, hol dir einen Block und einen Stift raus. Und schreibe dir nieder, wo genau du bei den oben genannten Kategorien jetzt ganz konkret stehst. Dann wiederum ist sehr wichtig, dass du das Spiel so wie es ist akzeptierst. Frauen sind wie sie sind. Sie fühlen sich eben zu manchen Männern hingezogen, weil dieses biologische Programm eben diesen Mann als attraktiv empfindet. Und den anderen nicht. Das heißt, verurteile sie nicht dafür, dass sie diese Gefühle gegenüber dem einen Mann haben und dem anderen nicht. Dir zum Beispiel. Und wenn du sie darauf festnagelst und versuchst, auf rationaler Ebene sie zu verstehen oder sie dazu zu bringen, irgendwie irgendwelche wilden Aussagen zu treffen, warum jetzt ihre Gefühle eben so ticken oder so nicht. Ja, das wird der absolute Holzweg. Es wird dazu führen, dass sie irgendetwas erzählen, von dem sie selber gar nicht wissen, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Dieses Gefühl ist da oder es ist nicht da. Akzeptiere das Spiel. Lerne die Spielregeln kennen. Besser als die anderen. Nur dann wirst du in der Lage sein, die Wirkung auf Frauen selbstständig zu verändern. Also verurteile Frauen nicht dafür, dass sie Männer nach ihrem Bedürfnis für Sicherheit, Schutz und Ressourcenzugang auswählen. Genauso wenig wie du und Männer verurteilt werden sollten, dass sie Frauen eben nach Optik auswählen. Punkt Nummer 1. Pick-up und Kommunikationsskills. Frauen lieben Männer, die sehr überzeugend kommunizieren können, die sich klar ausdrücken, die bereit sind, für ihre Überzeugung einzustehen. Manchmal ist es auch notwendig, eine kleine Schwäche ein bisschen anders zu kommunizieren, um daraus eine Stärke zu machen. Punkt Nummer 2. Willen, Stärke, Disziplin, Muskelkraft und Fitnessstudio. Frauen lieben Männer, auf die sie sich verlassen können, insbesondere wenn es sich um den Ernstfall handelt und sie zum Beispiel beschützt werden müssen. Punkt Nummer 3. Selbstbewusster werden. Raus aus der Comfortzone und auch zu seinen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen. Frauen lieben Männer, die selbstbewusst einfach auch das kommunizieren können, was sie wirklich wollen. Frauen lieben Männer, die zu ihrer Sexualität stehen und sich nicht davor schämen oder sie verstecken wollen. Punkt Nummer 4. Für sich selbst einstehen und Konfrontationsfähigkeit zeigen. Frauen lieben Männer, die Prinzipien haben, die zu ihren Bedürfnissen stehen und nicht sofort klein beigeben, wenn eben sie irgendwo auf Widerstand stoßen. Punkt Nummer 5. Sozialer Wert. Bau dir ein Netzwerk aus erfolgreichen Männern aus. Frauen lieben Männer, die auf den Schutz einer Gruppe zurückgreifen können, um den Einfluss und ihre Macht zu sichern. Da muss man sagen, dass alle Dinge, über die ich jetzt gesprochen habe, auch Dinge sind, die völlig unabhängig davon, ob du eine Frau beeindrucken möchtest oder nicht, für dein Leben essentiell und wichtig sind. Ich denke, dass John Peterson mit dem folgenden Zitat auch hier sehr gut ausgedrückt hat. Seit Anbeginn der Zeit haben Frauen dafür gesorgt, dass Männer sich ihrer selbst bewusst werden. Sie tun dies in erster Linie, indem sie sie zurückweisen, aber auch, indem sie sie beschämen, wenn Männer keine Verantwortung übernehmen. Da die Frauen die Hauptlast der Fortpflanzung tragen, ist das kein Wunder. Es ist schwer vorstellbar, wie es anders sein könnte. Was dann noch essentiell wichtig ist, ist, dass du auf dem Radar der Frau oder der Frauen, die du attraktiv findest, die Frauen, die deiner Traumfrau, deinem Wunsch-Avatar der Frauen entsprechen, dass du bei diesen Frauen auftauchst, auf dem Radar, dass du dort aktiv wirst, auf sie zugehst, dass sie einfach von deiner Existenz überhaupt mal erfahren. Denn keine Eigenschaft kann sich wirklich entfalten und ihre Attraktivität zeigen, wenn keine Frau davon erfährt. Bring dich also ins Spiel. Du kannst diese Schritte jetzt für dich alleine umsetzen. Wenn du allerdings professionelle Unterstützung hierfür haben möchtest, stehen wir dir natürlich als Partner mit Rat und Tat zur Seite. Hierfür musst du dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch bei uns eintragen. Es ist möglich, indem du einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link klickst und das Terminformular ausfüllst. Gerade Schritt 2 ist erfahrungsgemäß sehr schwierig. Denn dein Umfeld hat meist ein sehr konkretes Bild von dir. Die wollen deine Gefühle nicht verletzen und schauen oft über gewisse Eigenarten sehr leicht hinweg. Und wenn du dich selber 100% ehrlich einschätzen möchtest, dann ist es super schwierig, da du oft mit gewissen blinden Flecken konfrontiert bist. Hättest du diese blinden Flecken nicht, wäre es sehr leicht für dich wahrscheinlich, Erfolg bei Frauen zu erreichen. Da die aber da sind, ist es oft so, dass man an Dinge arbeitet, die vielleicht gar nicht so relevant für einen sind, wie man das gerne hätte. Und da kommen eben oft dann Profis ins Spiel, die jeden Tag nichts anderes machen, als Männer einschätzen und ihnen ein 100% ehrliches Selbstbild geben. Wie gesagt, dieses Selbstbild ist unfassbar wichtig dafür, wo man starten muss, um dich dann zum Erfolg zu bringen. Also buch dir dein Erstgespräch, wenn du das mit uns gemeinsam angehen möchtest. Also buch dir dein Erstgespräch, wenn du das mit uns gemeinsam angehen möchtest.